Musik 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 Herzlich willkommen Liebe Halloween ist schon vorbei, wenn die Folge ausgestattet ist. EGAL! Zu einer weiteren gruseligen Folge Minecraft. Ich habe mich extra vor euch aufgehangen, nachdem alle zu mir gesagt haben, okay es war nicht alle, sondern nur einer Die sind blöde Knochen immer Ich mag meinen Knochen, herzlich willkommen zu Minecraft-Beggen Aua! Ich wollte episch davon fliegen Bah, herzlich willkommen zu Minecraft-Beggen Moment, warte, warte, warte Halloween war übrigens gestern Wenn dann bitte richtig Hier Halloween war gestern, heute ist der 1. November Das weiß man doch Achso, okay, cool Achso, achso, das meinst du, warte, warte Heute geben meine Halschen in Urlaub Das ist nicht witzig Wir müssen noch eine Trapdoor hier drunter bauen Oh Leute Ist schon immer gemeiner Ist in der Tat gemein Ach Quatsch, das ist doch gar nicht gemein Also liebe Zuschauer, nervt euch mein Knochen schon Ich mag meinen Knochen Dungeon Das war genau die Antwort auf die Frage, die ich haben wollte Wo ich nervt euch mein Knochen Dungeon Alles klar, alles was Fee sagt ist sowieso egal Wir beachten Fee gar nicht mehr Die nervt die Olle Dann kann ich auch wegfliegen Ich flieg zu Sipsen ins Haus Das Törtchen Moment, Moment, Moment Und esst Törtchen Warte Moment, bockt die Baumeisterin Und das Törtchen Ich will Törtchen essen So der Geilgene ist voll funktionsfüchtig So der Geilgene ist voll funktionsfüchtig Also wenn die Gäste jetzt misstauen Weißt du Bescheid Was? Wir haben gar keinen Deathcounter mehr Der wird alle verlassen Ja tut mir leid, ich bin doof Aus Marble Kabestern könnte man doch auch Irgendwie einen normalen Marble machen oder? Boah du Das ist echt Toll So ähm Ja Wolltest du nicht am Anfang der Folge was ausschalten? Ja dein Gehirn Ja das ist Das mache ich ja zum Anfang der Folge immer aus So Ich meinte eigentlich den Rathamon Ist schon lange aus Ja ohne was zu sagen weißt du So ist er der Rathamon So ist er Das habe ich schon vorher auch nochmal ausgemacht Warum? Weil es geleckt hat Dich Boah Dum 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 Ähm So Achja Irgendwie kommt auch nicht viel bei Sins bei Rom hier bei den Dingen Hm Ne das suchst du nicht überhaupt durch Ziemlich arg wenig also Wie lohnsam Ja ist aber auch nur ein Spawner ne Müssen wir eigentlich hier in der ersten Ebene gucken Ja Müsste es irgendwo einen Aufenthaltsraum gehen Was geht denn jetzt? Geil ZDF entschuldigt sich für braunes Hemd Braunes Hemd Oh nein Ein freier Moderator des ZDF Morgenmagazins trug am Mittwoch im TV ein olivgrünes Hemd das einigen Zuschauern wohl zu Braun erschien Sag jetzt mal Nazi Hintergrund Braun Besonders als er einen Beitrag über die Krawalle der Hooligans und Salafisten in Köln anmoderierte Man müsste Man kann es auch übertreiben Was ich grad sagen Man kann sich auch echt ins Hemd machen so richtig Liebe Islamisten Salafisten Hooligans wer auch immer sich angegriffen fühlt Warum müssen wir eigentlich alle Leute labeln? Warum müssen wir mal alle Minderheiten labeln? Wir sind doch alle Menschen Da regen sich Menschen nur Menschen auf Macht man schon seit Jahrtausenden Äh wo ging die denn nochmal noch eins runter? Muss man da mal labelt? Da wo ich eben war Könnte Okay Ich wechsle mal kurz die Dimension Also lag incoming Oh nein bitte nicht Okay Ich wechsle nicht die Dimension Dann halt Pech Ja mach einfach Nö 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 jetzt will ich auch nicht mehr Geht doch Ah Ich bleib einfach hier in der Mitte von meinem Haus stehen Und zwar die nächsten zwei Stunden Dann hat der ZDF sich entschuldigt Und jemand hat geschrieben Die Entschuldigung genügt nicht Das Hemd ist die größte Beleidigung seit der Nazi-Zeit Der Moderator ist freizustellen Der Hemdenhersteller ist zu schließen Und die Fernsegebühren sind an Israel zu überweisen Ich bin empört Was Ernst das? Ja das ist kein Witz Hä? Was ist denn falsch mit den Leuten? Das ist die Frage Das fragen sich so einige Ein anderer schreibt ironisch genau Und auch gleich alle Bräunungstempel bzw. Sonnenstudios schließen Die produzieren nämlich braune Menschen. Braune Menschen. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ach, sehr geil. Manchmal tut sowas sehr, sehr weh. Ja, ja. Deutsche Sprache, wie auch immer. Deutsche Sprache. Ja. Deutschland. Ach ja. Echt, das ist nur wegen braunem Hemd was? Ja, wegen nem braunem Hemd. Haben wir überhaupt gesagt, dass Südia als Gast haben? Nee, haben wir gar nicht gesagt. Gut. Südia ist unser Gast. Hi. Ich hab mir gedacht, wir hätt' ich jetzt immer noch mal vorgestellt, oder soll ich? Ja, kommt jetzt. Du darfst dich jetzt auch selber vorstellen quasi und sagen, was du machst. Ich bin der STD-ALP. Bin ja vielleicht schon hin und wieder auf Radarskanal gesehen worden. LOL oder so. Keine Ahnung. Mach selber auch Let's Plays mittlerweile seit zwei Jahren. Aktuell läuft auch Minecraft-Veterbys-Monster-Project mit ein paar anderen Leuten. Sims 4, League of Legends, Retro-Friday und äh, äh, Super Smash Bros. Browser. Ich muss dir kurz überlegen. Und ja. Nicht in das Haus gehen! Und ähm, Brother, du übersteuerst. Ich übersteuer? Ja? Ich bin auch der Mensch, der die Tour und Lull-Bist-Offs von Erathamon macht. Da kommt wahrscheinlich demnächst noch mal eins. Ich hab mir vorgenommen, den Ferienans zu machen, aber noch nicht angefangen. Wieso übersteuer ich? Ich übersteuer gar nicht. Videos hab ich mir schon runtergeladen. Muss ich mir noch angucken. Ja, wo kann ich ja nicht bauen? Wo ist frei, wo ist... ...claimed, wo... Simi, übersteuer ich echt? Ja, du hast gerade übersteuert. Mehrfach. Echt? Aber jetzt gerade nicht, oder was? Jetzt geht's nicht. Komisch. Ähm, ja, du kannst überall da, wo noch Weg ist, dich pflanzen. Also hier wäre... Eher so... Gibt's halt jetzt so schräge Grundstücke, so ein bisschen, ne? Damit arbeiten... Da kannst du zum Beispiel hinbauen, wenn du willst, ja. Ja. Nämlich das. Okay. Ich hab zu wenig Marble. Ihr habt zu wenig Marble. Ihr habt ein akutes Marble. Ja, warum wohl? Guck mal, wer hier baut und da ist äh... ziemlich Marble gebaut worden. Wer baut überhaupt? Hier, da ist ne Marble-Farm. Ach, Ria, genau. Ria macht ja. Ja. Ihr Häuschen, die muss auch noch mal wiederkommen. Die muss auch noch weiterbauen. Sonst suche ich halt ein bisschen was zur Norde. Boah, ich hab ja nur... Zwei Stündelz. Hier einfach alles Marble, was ihr habt. Und... Wois, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich hab keine Melonen gefunden. Und irgendeinen... Ja, Melonen hab ich schon gefunden, aber keine... Keine sieht's nicht. Oh! Blau ist warm. Ja, du kannst aus Melonen-Seeds. Geht das? Ja. Ja, das geht. Dann können wir ja raus. Das ist voll gefährlich. Gefährlich. Ich wollte noch mal was kudden. Kudden. Kudden, genau. Ich wollte noch was kudden. Aber hier sind... Skelettschen. Die hole ich mir mal. Das ist... Das ist überhaupt nicht gefährlich. Blaze macht sowas im Schlag. Doch, mit der... Mit der Power Fist, die ich hier habe, schon, ja. Genau. Mhm. 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 Was fehlt uns denn da? So eine Power Fist bräuchte ich für Whism. Mhm. One-Shot-Opfer. Oder Asicraft. Ich habe gerade gedacht, warum kriege ich das Eisen nicht? Mag mich der Server nicht? Ja, davon darf man sowieso ausgehen. Boah, wie gemein. Was ist die Power Fist? Er ist frei. Yay. So, dann brauchen wir noch... Wie ging die genau ran? Was brauchen wir denn noch? Ja, was brauchen wir denn noch? Waaah. 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 Überlaust ist... Böser Creeper ist böse. Sind da schon welche? Nein. Böser Creeper ist böse? Ja. Na, Creeper sind lieb, die werden nur missverstanden. Das... Äh das glaube ich auch genau. Waaah. Waaah. Waaaah. Außer wenn mich ein Creeper umarmen will, ich bin immer da. In Sicherheitsabstand. Ah, aha. Aua. Wer war das? Lays, wo bist du? Ich komm wieder hoch. Ich bin auch. Wenn ich den nach oben finde. Aber manchmal, da bin ich schon ein bisschen doof. Ja, eigentlich ist der erste Weg zur Besserung. Ich find's auch immer schön, wenn die Leute ihre Fehler einsehen. Ach, so ein Rat brauch ich da. So, wo geht's als nächstes weiter? So, wer kommt jetzt mit ins tiefe Dunkel? Wir sind gleich da. Wir waren nur gerade auf Melonenabenteuer. Ich warte auf der anderen Seite. Okay. Hast du alles im Dunkeln, oder warum willst du nicht allein dahin? Nee, der will doch hier nur kuscheln, weißt du? So im Dunkeln solltest du mal ausgerutschen. Genau, so ist das. Huch! Das wollte ich jetzt aber nicht. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Habt ihr wirklich kein Clean Zone in eurem? Ach doch. Hups. 11.000. Ich hab 11.000 übersehen. Nies, 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 nies. 11.000 Clean Zone übersehen. Respekt. She happens. So. Alter. Seh ich da unten rumsausen! Du bist fast da! Rudelst du dich jetzt hoch? Hm. Ich... Ich glaub, du läufst in die falsche Richtung. Weißt du? Ja, du läufst gerade von mir weg. Genau über dir. Na, komm her. Ja, da ist er! Er hatte eigentlich die Hoffnung, hier irgendwo eine Festung auszumachen, aber... Wui, da ist er! Anscheinend gibt es hier keine Festung, leider. Wahrscheinlich nix an den Dingsen. Bumsch! Du wolltest was haben, ne? Melonja! So, jetzt muss ich gucken. Ja! Das ist zu viel. Cool! Du, da lang. Melonen! 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 Da, 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 da! Ah, was ist passiert? Nein! Was ist passiert? Wir haben Minecraft gerade in den... aus dem Fenster-Modus rausgemacht. Tschüss! Weil ich die Tastache, warum ich gedrückt habe. F-11. F-11, ja. Hä? So. Kann nicht sein. Wieso sagt mir das keiner? Ich hab mir noch kurz... Auf jeden Fall ist man auch noch mal jetzt gerade schwarz, weil... Schwarz! ... damit nicht klarkam gerade. Jetzt geht's wieder. Tschüss! Wie ist schwarz, das kann nicht klarkam. Ja, ähm, du bist auf jeden Fall die Frau mit den Fackeln, also von daher... Frau mit den Fackeln! Alles klar, ja. Ja, ich hab die Fackeln. So, Primetime. Vorne und hinten und links und rechts. Und wieso geht das jetzt nicht da? Dann falsch. Klip, klip. Die eine Fehlung steht. So, ich hab mal die Diamantenwerkzeuge aus dem M.A. System geklaut. Ich leg die nachher wieder zurück. Oh mein Gott, Diamantenwerkzeug? Unser teuerstes Gut geklaut, ja? Ja, ja, ja. So, jetzt, wie baue ich das? Ach, irgendwas mit der Musikschule, sowieso war das nicht. Wie baue ich das? Ich hab keine Ahnung. Einfach bauen. 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 Denn wenn du baust, dann ist die Welt so grau. Blau. Grau. Was denn? Was denn jetzt? Beides. Das war aber jetzt nicht das Yellow from the Egg. Das Yellow from the Egg? I think I'm a spider, oder was? Was wollte ich jetzt nochmal machen? Jetzt hab ich's vergessen. Ach ja. Debi, bist du im Diebdack? Ja. Hallo. Bin ich da eigentlich? Oh. Ich brauch ja noch zwei davon. Oh. Ich hab' nicht ergrundriss. Ergrundriss. Weil irgendwas hab' ich grad getroffen. Aua. Marble. Jetzt hab' ich Schaden gekriegt. Ja. Ich hab' gerade, ich glaub' ich glaube, also ich seh' dich noch nicht. Ah, ich bin hier unten. Ich bin an und ab am Ausleuchten. Ich seh' auch nichts ausleuchten. Boah, das ist viel zu wenig Marble. Viel zu wenig. Das reicht nicht. Au. Nee. Das geht nicht. Das ist, das ist, da kann ich nicht arbeiten. Können's ja auch einebenen, aber das wird dann scheiße aussehen. Kann ich nicht machen. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich. Ich lebe halt wieder. Wenn's scheiße aussieht. Warum? Warum ich hier unten eigentlich... Du weißt doch wie, geh doch einfach hin und mach's doch rechts. Na Hölle. Mach's doch Internet. Die, die mach' ich jetzt so, weil das sieht auch doof aus. Wenn neben meinem Haus ne Höhle ist. Oder zumindest irgendeine komische Unterführung. Unter der Erde. Machste schon. Ich muss... Ne. Boah, hier im Hintergrund flackern die die ganze Zeit die Lichter von den Wisps. Die sterben hier irgendwie auch regelmäßig. Kann das sein? Oh, hier ist so ein komischer Sacktyp. Mit dem Rucksack. Die haben Wisps. Ich glaub, die sterben auch wegen der Dunkelheit, so wie's aussieht. Weil die... Verpiss dich mit deinem Scheiß-Teilumhang, Mann. Bevor ich dich umbringe. Ohohohoho. Eieaaah! Eieaaah! Alles klar. Aua! Aua, meine Ohren. Wollte ich mal gucken, ob die Fee hier noch da ist. Ich krieg dann aber auch... Ich stand hier so einzeln und verlassen im Baum. Ein Gutschein zu morgen, als wenn ich hier fertig bin. Ja, richtig. Ich bin jetzt im Psychiatur. Ach, die Viecher haben hier auch noch tausendmal mehr Leben. Okay. Ja, das ist natürlich super. Dieser... Dieser Lag, Alter. Leck doch nix, erzähl doch kein. Yes. Ich baue einen Stein ab. 5 Stunden später. Ich glaub, ich dropp mal. Guck mal, am besten denn da unten rein. Die Enderman haben 80 Lebenspunkte hier. Wenigstens hier dann abeben und vollends... Ich brauche einen Zugang dafür. Dergeil! Aua! Guck mal!